Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen neuen XP Glitch zeigen oder Prestige Master Glitch. Was ihr dafür braucht ist die neue Wunderwaffe, die Blundergut oder einfach gesagt die Schrobflinte. Wo man die bekommt, da gibt es ja viele Tutorials dazu, wie man sie gratis bekommt oder in der Kiste. Wenn ihr jetzt die habt, müsst ihr eure zweite Waffe verbessern. Das heisst ihr habt ja zwei Waffen dabei, da müsst ihr einfach eine davon weggeben. Und mit der Blundergut müsst ihr jetzt zu diesem Standrennen, wo ihr zusammengebaut habt, dass man sie verbessern kann. Zu der Acid Gun, da muss man ja so drei Teile suchen. Dann kann man sie da reinstecken, davonrennen und L1 und R1 drücken, dass ihr die Spezialattacke aktiviert. Wenn ihr sie jetzt aktiviert habt, das war schon der ganze Glitch, ihr könnt jetzt da oben hinrennen und habt jetzt unendlich Spezialfähigkeit. Das ist richtig cool dieser Glitch, weil den gab es ja schon einmal, sie haben ihn ja gepatcht und jetzt ist schon der nächste Afterpatch draussen. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kurze Bewertung da. Sorry für meine Stämme, ich bin ein bisschen krank, aber das macht ja nichts. Und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.